Ja, ich heiße Manuel Rörich. Ich arbeite bei der Brücke City Design in Eupen. Das sieht man hier in meinem T-Shirt. Ich lade euch zum externen, zum zehnjährigen Herzliches ein. Ihr könnt gerne kommen, da würde ich gerne auch meine Arbeit vorstellen, wie ich arbeite und meine Abläufe vielleicht ein bisschen erklären. Und ich bringe so viele Leute mit, wie ihr wollt und so. Wir wollen diese Hütte voll haben. Und wir wollen diese Hütte voll haben. Und wir wollen diese Hütte voll haben. Bis zum nächsten Mal.